Hier präsentieren wir die 5 beste Kompaktkameras Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Sony DSC-HX 90 Kompaktkamera. Tatsächlich bietet die DSC-HX 90 von Sony alles, was Sie von einer großartigen digitalen Videokamera erwarten. Mit 10,2 x 3,6 x 5,8 cm und einem Gewicht von 218 g ist es wirklich kompakt und doch für sich. Der gute Exmoor R-Sensor löst mit 18,2 Megapixeln ebenso auf wie der F1 das 3,5 bis 6,4 Weitwinkel-Objektiv von Carl Zeiss hat eine Brennweite von 24 bis 720 mm, die einen 30-fachen optischen Zoom ermöglicht. Zusätzlich ist ein einziehbarer OLED-Sucher installiert, damit Sie das Motiv immer im Blick haben. Der Bildprozessor BEOND-6 wandelt die Informationen des CMOS-Sensors in hochauflösende Bilder um und senkt das Rauschen erheblich. Das Ergebnis sind Bilder in sehr guter Qualität mit realistischen Chartierungen. Nummer 4. Canon PowerShot G9X Kompaktkamera. Das Canon Design ignoriert Power-Zoom-Funktionen und setzt auf einen 3-fach optischen Zoom sowie einen 1-Zort CMOS-Sensor mit 20,2 Megapixeln und einem DIG-6-Fotoprozessor, einem hervorragenden Bildstabilisator sowie einem hellen 1-2,0-Linse. Das Ergebnis sind extrem klare Bilder mit geringem Rauschen und einer guten Farbwiedergabe. Attribute sowie Setups sind dank des 2,7-Zort-Touchscreens schnell verfügbar. Der PowerShot G9X dokumentiert Videoclips in Full-HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Canon PowerShot G6X 540 HS Digitalkamera. Die PowerShot von Canon überzeugt mit einem beeindruckenden 50-fachen Ultra-Zoom in Verbindung mit einer 100-fachen Zoom-Plus-Funktion zu einem wirklich günstigen Preis. Dank des großen Objektivs ist die Zoom-Funktion äußerst einfach zu bedienen und die verschiedenen anderen Geräte können überzeugen. Die elektronische Kamera verfügt über WLAN, einen eingebauten NB6-LH-Akku sowie einen Composite-Anschluss, einen AV-Ausgang, NFC-Unterstützung und einen USB-Anschluss sowie ein Schleppband. Die preiswerte tragbare Kamera verfügt über einen klaren 3-Zoll-Bildschirm sowie eine maximale Auflösung von 20,1 Megapixeln. Es werden keine 4K-Videoclips aufgenommen. Die Full-HD-Video-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde überzeugen auf ganzer Linie und der 5-Achs-Fotostabilisator leistet sehr gute Arbeit. Nummer 2. Panasonic Lumix DMC-TZ 61E GK Traveller Zoom-Kamera. Die tragbare digitale Mitrange-Kamera von Panasonic begeisterte die Tester mit ihrem erstaunlichen 30-fachen optischen Zoom, der mit dem 24 mm Weitwinkel-Objektiv von Lelka realisierbar ist. Das Gerät verfügt über einen Bildstabilisator, kann Videos in hoher Qualität in Full-HD-Auflösung mit 50 Bildern pro Sekunde aufnehmen und löst Bilder mit einer Auflösung von 18,1 Megapixeln auf. Das Verfahren der elektronischen Kamera ist wirklich bequem und die Handhabung wird die ganze Zeit gefördert. Das Aufnehmen von Fotos macht wunderbar Spaß und auch dank der vielen zusätzlichen Eigenschaften wie dem Hybrid-iPhone-Plus-Fotostabilisator zeichnet der integrierte Sucher-Live-View-Finder schnelle Dinge mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie 200.000 Pixeln oder sogar mit dem Grundlegender Wi-Fi-Verbindung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sony RX100 Premium Kompakt-Digitalkamera. Wer sowohl elektronische als auch technologische Videokameras verwaltet, wird schnell feststellen, dass bei der tragbaren Videokamera eine große Sensoreinheit dazu beiträgt, die Bildqualität erheblich zu verbessern und das Rauschen zu verringern. Die DSCR-X100 von Sony verfügt über eine 1 Zoll CMOS 1,0 Sensoreinheit von Exmoor, die mit 20,2 Megapixeln eine überragende Fotoqualität bietet. Filme werden auf Band in Full HD aufgenommen. Insgesamt überzeugte der Prüfungsmeister durch eine Reihe von Funktionen, die der Version tatsächlich viel Prüfungserfolg beschert haben, da die Konkurrenten hier teilweise erheblich hinterher hingen. Dank des 6-fachen optischen Zooms, des f1.8 Zeiss Objektivs und der sehr guten Sensoreinheit können Sie sowohl hochwertige als auch lebendige Fotos mit starken Unschärfereffekten sowie reduziertem Rauschen erstellen, das derzeit für die LSR Videokameras geeignet ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.